Das ist hier gerade richtig krass. Hier ist schon der Abgrund, wie man sieht. Hier, dass die Gäser mit unserem Führer. Das ist so krass. Und hier ist das Wasserfall von näher dran. Wir gehen jetzt weiter runter. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber das ist voll krass. Aber der meinte gerade, dass im Sommer voll viel los ist und man kann gar nicht gehen. Deshalb ist es besser, dass wir jetzt hier sind. Die Sonne kommt aber langsam raus. Das Dampf soll aber normal sein. Mit dem was? Das ist das Wasserdampf. Ach so, das ist das Wasserdampf? Ja, ich mach gerade Video. Komm, ich brauche? Ja, ich habe es gerade aufgenommen. Hier sieht man wieder das Wasser. Boden, wohin soll ich gucken? Ja, aber das erkennt man nicht. Auf dem Video kennt man das nicht so. Wir sind süchtige Freaks, ey. Eindeutig. Das ist aber voll geil. Unten gehen sich schon die Touristen entlang und so. Eigentlich müssen wir auch irgendwo ein Foto machen. Ich weiß nicht, wo. Wo man das erkennen würde. Weißt du, was ich meine? Ich komme noch weiter runter. Ich nehme mich wieder selber auf, wenn man die Sachen zusieht. Was? So, hallo. Ich mache die ganze Zeit Videos. Hallo Leute. What's up. Peace. Das ist eigentlich voll schön hier. Wäre das Wetter mal ein bisschen besser. Doch, es geht langsam auf. Ja. Okay.